Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, der kleine Giftzwerg, der sich hier tatsächlich mit Sarah und Miss Closeman schon seit einer halben Ewigkeit rumschlägt. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode, Bist du denn des Failens? Ja, einfach wieder, ich in der Hauptrolle. Letzte Part, nicht erwähnenswert, ich würde sagen, ich mache einfach weiter hier. Viel Spaß dabei. Vielleicht kommen wir ja auch wieder mal ein Stückchen bis zum nächsten Checkpoint oder so in dem Level. Das wäre doch mal wieder was Schönes. Allerdings, was zweifelig ist. So, ah ja, okay, genau, das war das jetzt hier. So, jetzt muss ich mal warten, so. So, wow, 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 wow Nein, ich sage nichts. So, okay. So, nice job. Nein, 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 nein. Bleib weg. Okay. Nein, jetzt hat der mich wieder gesehen. Kann der das noch zum Schießen? Fuck, ey. Das ist so ne Scheiß. Boah. Gott, kann das... Ja, danke. Boah. Änder noch die Sicht. Dankeschön. Das war sehr, sehr knapp. Also, ich werde jetzt hier bald wieder... ...insverderben gestürzt. Aber es spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, denn... ...jetzt hat sich das Ganze wahrscheinlich sowieso lehnt. Oh nein, ein Checkpoint. Oh mein Gott. Tank gespielt. Tank gespielt. Tank gespielt. So nett. Ah, shit. Ja, völlig egal. Ein neuer Checkpoint. Ole, ole. Alles andere ist mir gerade ziemlich glatte. So. Äh. Ja. 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 Was mach ich denn? Warum? Weshalb? Ja. Dreh deine Pirouetten. Machst du ganz toll. Ah. Ah. Ach du. Ein Checkpoint. Äh. Run. Jump. Noch ein bisschen knapper bemessen wäre nicht möglich, ne? Oh Mann. Da ist noch Spielraum. Ja. Ich hab jetzt auch nicht gesehen, dass ich wirklich die Bühne gemacht habe. Oder so. Hä? Hast du, ich hätte wieder Abfall? Ach du Scheiße. Ja. Ist gleich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm. Das ist... Hallo. Es reicht. Ehrlich. Es ist gut. Es ist genug. Ach Scheiße. Das habe ich jetzt hilft. Ja. Das Ding hätte ich jetzt wahrscheinlich mit diesem Strahl, äh... ...ausschalten können. Scheiße. Was? Wenn ich die Füße nicht still... äh... still halten kann. Oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Come on. So. Und jetzt bleib ich hier stehen. Achso. Moment. Hä? Hä? Ja, den Szeneriewechsel muss mir jetzt jemand erklären, bitte. Aber hey. Nein. Oh, ich will mich nicht beschweren. Ah. 38... Ja gut, ich war mal kurz weg von Witzig, aber... so. Okay. Ja, äh... Liebe Leute. Das soll's gewesen sein. Äh... War nochmal ein nettes Dingens zum Schluss. So eine kleine Verfolgungsjagd. Erinnert mich schon mal wieder so an Super Meat Boy, das erste Level. Äh... Soll's gewesen sein. Mit äh... Level 15, wenn ich mich nicht irre, in der zweiten Welt. Hoffe ihr habt ein bisschen Spaß. Einmal mehr war es eine ziemliche Failerei. Und ich glaube es war es auch gar nicht so lange die Aufnahme, aber das kann auch wieder täuschen. Wie gesagt, hier in dem Spiel verliere ich meistens jegliches Zeitgefühl. Ist unglaublich. Ja. Aber wie gesagt, das soll's gewesen... Boss. Ja. Ich freu mich. Yay. Ich tanze auf dem Tisch. Ich freu mich so auf dieses nächste Level. Na. Naja. Äh... Wie sei... Wie dem auch sei meine ich. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wie gesagt, hoffe ihr habt ein bisschen Spaß daran. Würde mich freuen, wenn ihr auch mit mir gemeinsam dann den Boss durchsteht. Und bis dann wünsche ich euch natürlich wieder mal einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.